So, im letzten Video hatte ich ja eine USB 3.0 PCI-Erweiterungskarte vorgestellt, weil ich meine Oculus Rift Sensoren mit der USB-Erweiterungskarte verwenden wollte. Das hat nicht funktioniert. Die USB 3.0 Erweiterungskarte für PCI Express hat meine USB 3.0 Sensoren nicht unterstützt. Sie haben also dann nicht funktioniert. Wurde ein Fehler angezeigt. Jetzt habe ich mir eine andere PCI-Karte bestellt von Inatec. Die hat den Fresco FL1100 Chipsatz. Und in der Beschreibung wird auch angegeben, dass sie Oculus Rift unterstützt. Jetzt hoffe ich mal, dass das auch funktioniert. Ich werde es natürlich testen in diesem Video. Ich werde die zwei Oculus Rift Sensoren an die USB 3.0 PCI-Karte anschließen. Und testen, ob sie erkannt werden. Ich werde auch mal einen USB-Stick anschließen. Wie schnell der läuft, das werde ich testen. Bei meiner vorhergehenden, im vorhergehenden Video, da lief der USB-Stick eigentlich ziemlich langsam und das war ein USB 3.0. Das vorhergehende Video könnt ihr euch anschauen. Ich werde den Link in die Videobeschreibung packen. Und am Ende des Videos könnt ihr auch das Vorschaufenster anklicken. Und gelangt gleich zu dem vorhergehenden Video mit der USB 3.0 PCI-Karte. Mit der ich nicht so zufrieden war. Und wir werden diese hier jetzt auspacken. Uns anschauen, wie sie aussieht. Und was in der Packung drin ist. Dann werde ich euch zeigen, wie man sie einbaut. Und dann sehen wir uns danach im Desktop wieder und testen die Karte mal aus. So eine schöne schlicht schwarze Verpackung. Hier hinten habt ihr nochmal sämtliche Informationen. Das ist eine 5-Port USB 3.0 PCI-Express-Karte. Und hat auch noch einen Erweiterungsanschluss hinten dran für Front-USB-Anschlüsse, die ihr an euren PC einbauen könnt. Und dann an die PCI-Karte anschließen könnt. Die Karte hat die Maße 120x70x18mm. Und wird eigentlich von allen Windows-Betriebssystemen unterstützt. Und der Stromanschluss, den ihr mit anschließen müsst, ist dann ein 15-Pin SATA-Anschluss. Das werden auch Adapteranschlüsse in dieser Verpackung mit drin sein. Das schauen wir uns mal an. So, da haben wir schon alles. Da haben wir die Adapteranschlüsse fürs Netzteil. Falls ihr keinen SATA-Anschluss mehr frei habt, könnt ihr den über diesen 4-Pin-Anschluss anschließen und habt am anderen Ende dann einen SATA-Anschluss. Hier haben wir das eigentliche Herzstück. Vorher nochmal, ihr habt hier noch Schrauben dabei, eine Anleitung und die Treiber-CD, die ihr installieren könnt, wenn die Karte nicht automatisch installiert wird. Das muss ich dann auch erstmal ausprobieren. So, hier haben wir auch schon die USB-3-PC-Karte mit 5 USB-Anschlüssen. Hier hinten habt ihr noch so einen Anschluss, wo ihr USB-Anschlüsse anschließen könnt für die Front vom PC, wenn ihr das noch erweitern wollt. Hier haben wir den Stromanschluss, den SATA-Stromanschluss. Jetzt vergleichen wir mal die Karte, das ist die, die ich vorher drin hatte, die schwarze, mit 7 USB-3-Anschlüssen und ja, da wurden meine Oculus Rift-Sensoren nicht unterstützt über USB 3.0. Zum Vergleich habt ihr diese Karte von Inatec mit nur 5 USB-3.0-Anschlüssen. Diese USB-3-Karte von Inatec, diese hier, die rote, war teurer als die mit 7 Ports. Die hat nur 16 Euro gekostet, kam mit Versand aus China. Wir haben hier weniger USB-Ports, vielleicht hat die Karte dann dadurch mehr Leistung übrig. Die Hauptsache ist, dass die Oculus Rift-Sensoren über USB 3.0 funktionieren und kein Fehler angezeigt wird. Das wird sich aber herausstellen, wenn ich die Karte jetzt einbaue und das sehen wir jetzt gleich. Das wird sich aber auch herausstellen, wenn ich die Karte jetzt einbeziehungsweise für die Karte, die Karte jetzt einbeziehungsvolle, die Karte jetzt einbeziehungsvolle, die Karte jetzt einbeziehungsvolle, die Karte jetzt einbeziehungsvolle. So, die USB 3.0-PCI-Karte ist eingebaut und wie ihr seht, es funktioniert. Meine Oculus Rift-Sensoren werden an der PCI-Erweiterungskarte endlich erkannt als USB 3.0 und es steht da verbunden mit einem grünen Häkchen. Einmal frei, so wollte ich es auch. Es hat bei der vorgehenden PCI-Karte nicht funktioniert, bei der läuft das jetzt einmal frei. Beide Oculus Rift-Sensoren sind verbunden, so wollte ich es haben und da werde ich jetzt noch einen USB 3.0 USB-Stick anschließen und mal schauen, ob sich was verändert hat an der Lesegeschwindigkeit. So, ich habe jetzt hier an meiner USB 3.0-PCI-Express-Erweiterungskarte an einem USB-Anschluss einen USB-Stick 3.0 angeschlossen. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, USB 3.0 wird also voll erkannt. Das ging vorher bei der Orico-Karte nicht. Mit der Karte hier, mit der Inatec, mit dem Fresco-Chipsatz funktioniert das einwandfrei. Was ich euch sagen muss, wenn ihr Windows 10 habt, braucht ihr die Treiber-CD, die dabei ist, nicht verwenden. Das wird automatisch von Windows 10 installiert. Wenn ihr eine ältere Windows-Version haben solltet, solltet ihr euch den aktuellsten Fresco-Treiber runterladen. Auf der CD, der ist nicht mehr wirklich aktuell. Jetzt machen wir mal mit dem USB-Stick einen Speedtest. Wir schauen mal, mit der Orico-USB-Karte hatten wir eine Schreibgeschwindigkeit von 16,84 MB pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von 33,11 MB pro Sekunde. Jetzt schauen wir mal, wie es mit meiner neuen PC-Express-Karte sein wird. Machen wir also den Speedtest. So, und Starttest. So, das war es schon. Wir haben eine Schreibgeschwindigkeit von 21,18 MB pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von 101,12 MB pro Sekunde. Nochmal zum Vergleich. Hier haben wir eine Schreibgeschwindigkeit von 16,84. Mit der neuen Karte haben wir eine Schreibgeschwindigkeit von 21,18 MB pro Sekunde. Und mit der alten Orico-USB 3.0-Erweiterungskarte haben wir eine Lesegeschwindigkeit von 33,11 MB pro Sekunde. Und mit der Inatec-USB 3.0-Karte haben wir eine Lesegeschwindigkeit von 101,12 MB pro Sekunde. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Also, es lohnt sich wirklich, ein paar Euro mehr zu investieren. Die Orico-USB-Karte mit den sieben USB-Ports hat 16 Euro gekostet mit Versand aus China. Die Inatec hat um die 30 gekostet. Da muss man mal schauen, wie die Angebote sind. Zum Beispiel auf Ebay oder auf Amazon. Dann bekommt ihr die auch für 30 Euro. Aber ansonsten kosten sie manchmal so über 40 bis 50. Also immer nach Angeboten schauen. Ich habe sie für 130 Euro ergattert, nagelneu. Ich bin absolut damit zufrieden. Meine USB-3-Rift-Sensoren funktionieren einwandfrei, werden erkannt. Und der USB-Stick wird auch als USB-3 erkannt. Das ist schon mal einwandfrei. Da freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich war das Video für euch nützlich. Schaut euch auch das vorhergehende Video an mit der 7-Port USB-3-Erweiterungs-Steckkarte. Damit ihr das mal vergleichen könnt. Und dann sage ich Tschau und bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich Tschau und bis zum nächsten Mal.